Mal gucken. Soll man nachher vielleicht in den Film gucken. Jetzt spielen wir es erstmal. Holst du denn die ganzen Früchte raus? Möhre. Apfel. Und eine Pflaume. Und die Pflaume auch. Da fehlen aber noch Sachen. Oh, die müssen wir noch da drauf. Das Schweinchen muss auch dabei. Und den Fluss auch. Und hier ist noch Salat. Aber noch ein Salat fehlt. Und noch ein Ei. Und die so. Da. Sehr gut. Noch ein Käse brauchen. Und noch eine Möhre. Fehlt noch ein Käse. Und noch eine Möhre. Noch eine. Oh, das Schaf. Da ist es. Da ist es. Ah, du hast die Möhre. Sehr gut. Noch ein Käse. Hier. Und hier ist die Käse. Und noch zwei Käse hinten. So. Aha. Dann den Holer nicht. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Hab ich schon. Die Eier. Hier ist der Würfel. Würfelst du? Du? Du kriegst welche Karten? Du kriegst die mit den Eiern? Nein. Die sind für mich. Wo sind denn deine Karten? Da. Da. Guck. Oh. Hast du deine Karten? Kann ich mal würfeln? Für dich? Ja. Weiß. Weiß. Das ist für mich. Ich krieg ein Ei. Und du hast nur deine Eier. Ja, ich möchte noch. Ich brauche noch eins nachher. Jetzt würfel ich für dich, ja? Ne, für mich würfel ich jetzt. Ne, für dich. Das war ja für mich jetzt das Ei. Gelb. Gelb. Okay, Eier. Kannst du kaufen. Oh. So. Setz dich lieber mal nach hier. Oh, oh. Wir haben nichts. Setz dich nach hier, Eier. Dann kannst du besser. Dann kannst du besser. Damit du nicht mit den Füßen auf die Spielbrücke rauskommst. Und den ist bis dahin. Ach. Jetzt würfel ich wieder, ja? Gucken, was jetzt kommt. Rot. Ein Apfel. Für Iris. Dann kriege ich andere Apfel auf. Nein. Willst du mich mal würfeln? Nein. Schau, einfach so. Popp. Einfach hinwerfen. Rot. Wieder ein Apfel. Wieder für Iris. Dann kriege ich andere Apfel auf. Rot. Oh. Kann ich nichts kaufen. Nochmal. Du kannst. Grün. Ach. Du kannst. Grün. Ach. Du hast. Du Salat. Boom. Mhm. Ich sag. Der gibt. Noch. Salat. Ja. Kannst du die Krachtel hier hinlegen. Hm. Hast du noch einen Körnchen? Ja. Ja. Dann guck mal. Ich würfel jetzt. Eins. Zwei. Hopp. Ah. Rot wieder. Brauchen wir nicht. Ich würde würfeln. Blau. Ah. Jetzt kriegst du eine Pflaume. Blau. Und du kaufst uns auch Pflaume noch. Papa. Findet ihr? Ja. Aber wir versuchen mal, ob es was gibt. Wer macht ihr die? Der Film. Steht. Oh. Da. Da unten rechts. Da. Ah. Hier ist. Dann sieht man ja nichts mehr. Wir spielen weiter. Nachher können wir uns angucken. Ich würfel wieder. Achtung. Grün. Grün. Jetzt kriegst du auch einen Salat. Ganz schön. 1, 2, 3. Oh. Jetzt hast du nicht gesehen, was ich gesucht habe. Grün. Äh. Blau. Guck. Ist blau gekommen, Iris. Aber Papa hat blau. Ja. Papa hat blau. Ja. Papa hat blau. Dann hat Iris gewonnen. Mhm. Aber gib mir mal eine Möhre fest. Woraus kommt nicht auf. Rot. Blau. Brauchen wir nicht mehr. Grün. Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Gelb. Jetzt krieg ich einen Käse. Schöner Film. Gelb. Nein. Jetzt brauchen wir keinen Käse mehr. Blöder Gelb. Blöder Würfel. Gelb. Da kommt die Jura. Blau. Brauchen wir auch nicht. Gelb. Grün. Genug gespielt. Ha. Weiß. Weiß. Ich kann mir noch ein Ei kaufen. Und Korn soll es nicht kommen. Mal versuchen. Mal versuchen noch dreimal. Eins. Zwei. Drei. Ne. Sollen wir die Möhren ungekauft lassen? Meer. Würfel's Meer. Ja. Wir müssen einfach nochmal Würfel. Rot. Weiß. Blei. Weiß. Blau. Oh. Du. Nimm du dir die erste Möhre. Iris hat gewonnen. Iris hat gewonnen. Iris hat gewonnen. Iris hat gewonnen. So. Das können wir jetzt auch. Jetzt müssen wir das Spiel wieder einpacken. Dann müssen wir die Teile nicht verlieren. Zumachen. Ja. Das können wir jetzt von... Das ist das, was wir. Vielen Dank.